WDR Tief unten lebt etwas im Verborgenen. Etwas Großes. Kaum jemand bekommt es je zu sehen. Die Badenden sind ahnungslos. Der Rhein zwischen Speyer und Worms. Die Baggerseen heißen hier Blaue Adria und die Campingplätze Grüner Süden. Wir sind bei Mario Iselin und Thomas Kempf, die schon seit Jahren fast jede freie Minute damit verbringen, diesem etwas hinterher zu jagen. Da vorne weiß ich, wie wir melden. Im Alter von fünf Jahren haben sich die beiden beim Angeln kennengelernt. Seit dieser Zeit sind sie ein unzertrennliches Team. Immer auf der Jagd nach dem Fisch ihres Lebens. Wenn jemand mal, der jetzt gar keine Ahnung hat vom Angeln überhaupt und sagt, das ist langweilig, sage ich immer, geh mal mit Wels fischen und hab einmal einen, zwei Meter, oder sagen wir mal ab Meter 50, den an der Angel. Weil das ist dann einfach du oder der Fisch. Weil solche Kräfte, wo der Fisch dann entwickelt und du hast die Angel, der zieht dich dann ins Wasser. Und jetzt ungeübte, jetzt zum Beispiel, weil du denkst schon nicht, ach Gott, dass es so Fische bei uns gibt. Gerüchten zufolge stehen auf seinem Speiseplan schon mal Enten und Gänse. Hin und wieder soll ihm aber auch schon ein kleiner Hund zum Opfer gefallen sein. Die Wälse, oder Waller, wie sie auch genannt werden, ruhen häufig in Ufernähe, nur unweit der Strandbäder. Stumm und starr wie Baumstämme. Darum riet noch 1974 Breems Tierlexikon, in der Dämmerung auf das Baden zu verzichten. Ein paar Kilometer flussaufwärts. Am Ufer eines toten Rheinarms treffen wir an diesem Abend zwei andere Welsjäger. Stefan Seuss und Peter Merkel. Auch sie haben sich dem geheimnisvollen Fisch verschworen. Für die nächsten drei Tage schlagen sie hier ihr Lager auf. Wir müssen da hinten einen Bereich spannen können. Und da müssen wir nach oben ziehen. Ja. Stellst du sie runterfischen? Ja. Ich tue sie runterfischen. Ja. Alles klar, dann mache ich da drüber zu. Anders als Thomas und Mario setzen die beiden auf ausgeklügelte Technik, um den Wels zu überlisten. Wir staunen über die hochprofessionelle Ausrüstung. Viel Elektronik, Routen aus Kohlefaser und zigfach kugelgelagerte Rollen. Materialeinsatz wie bei einem Manöver. Der Wels sieht halt anders aus wie andere Fische. Deswegen wird er als unheimlich angesehen, auch wegen seiner Größe. Er sieht halt auch mit seinem großen Maul und hat auch andere Flossen wie andere Fischarten. Und das macht ihn irgendwie zum Urfisch, auch zu Wandschleut, zum Ungetüm. Weil er halt gerade anders aussieht und weil er halt gerade so groß wird. Ja, ich denke irgendwo, ab einer Größe von 1,30 Meter, 1,40 Meter ist es einer der größten Süßwasserfische, die es gibt. Und er kann ja bis ins Unermessliche wachsen. Es weiß ja keiner genau, wie groß so ein Wels werden kann. Ich habe selber schon Waller gefangen bis 2,48 Meter, also knapp 2,50 Meter die Schallmauer geknackt. Aber das ist ja noch lange nicht das Ende der Farnstange. Und das ist ja schon ein Riesenfisch. Wir erfahren, dass Welser bis zu 100 Jahre alt werden können und zu den wenigen Fischarten gehören, die ihr ganzes Leben lang wachsen. Ohne zu ahnen, wie groß sie einmal werden können, setzte man sie vor gerade erst 30 Jahren in vielen deutschen Seen und Flüssen aus. Beim großen 2 Meter Wels hast du also die Rätsche schon ziemlich stark eingestellt. Und so eine Belastung, wo du also schon fast mit dem ganzen Körpergewicht dagegen ziehen musst. Deshalb bin ich manchmal froh, dass ich ein paar Knie zu viel habe. Wenn man Angel kauft, sollte man es im Angelgeschäft testen auf Wels. Und wenn sie kaputt geht, sage ich, die taucht nichts. Das hatten wir auch schon in manchen Angelgeschäften. Da durften wir schon gar nicht mehr rein. Weil wir also wirklich die neuesten Welsruten genommen haben, haben sie mit aller Gewalt gezogen und sie sind durchgebrochen. Und haben dann gesagt, was ist denn das für ein Schrott, wenn da ein gescheiter Wels dran geht. Wenn die Angel uns nicht aushält, dann hält ein richtig großer Wels auch nicht aus. Ihren größten Fang machten die beiden vor sieben Jahren. Deutscher Rekord. Eine Dreiviertelstunde lang zog der Waller ihr Boot über den Rhein hin und her. Der Wels war 10 Kilogramm schwerer und einen halben Meter größer als sie selbst. Wir spüren, dass die beiden sich blind verstehen. Fast täglich sind sie auf ihrem Boot. Obwohl es schon ganze Jahre gegeben hat, in denen sie keinen einzigen Wels gefangen haben. Von Thomas und Mario geht eine große Anspannung aus, die sich langsam auch auf uns überträgt. Jeden Moment könnte der Fisch der Fische beißen. Mit dem sogenannten Wallerholz versucht Thomas sie anzulocken. Bei vier Metern große. Mario erzählt uns etwas Merkwürdiges. Im Abwasser der nahegelegenen Atomkraftwerke halten sich besonders große Welser auf. Niemand darf dort fischen, obwohl es der Traum eines jeden Welsjägers wäre. Schon immer rankten sich Mythen und Legenden um diesen geheimnisvollen Fisch. In Japan glaubte man, er löse Erdbeben aus. Aus Kasachstan wird berichtet, er bringe Boote zum Kentern. Am nächsten Morgen sind wir wieder bei Stefan Seuss und Peter Merkel. Die Vorbereitungen präzise wie ein Uhrwerk. Trotzdem dauert es oft Stunden, bevor überhaupt der erste Köder ins Wasser gelassen wird. Gute Erfahrungen haben die beiden mit Calamari gemacht, die drei Tage in greller Sonne ein ganz spezielles Aroma entwickelt haben. Tja, das ist nicht einfach so, dass wir an ein Gewässer gehen und dann links eine Angel, rechts eine Angel und dann warten. Wir tun schon vorher das Gewässer und vor allem die Bodenstruktur sehr stark studieren. Und die Steine helfen uns einfach, den Köder exakt zu fixieren. Also die Steine sind so wie ein Gegengewicht. Der Köder wird dann daran befestigt. Auch bei Strömung kann ich wegtreiben. Wir spannen das Ganze übers Ufer und können dann stundenlang am gleichen Platz unseren Köder fixieren und so hoffen, dass dann auch der Fisch dort vorbeikommt und den Köder nimmt. Also das ist alles auch eine riesen Vorbereitungsarbeit, wie man jetzt sieht. Also zwei, drei Stunden Waller angeln, das funktioniert nicht. Die Waller sind 30 Jahre alt und man weiß, ich habe selber einen kleinen Hund, der ist zehn Jahre alt und ich weiß, wie klug der schon ist. Und ein Fisch, der nochmals dreifache Alter hat, der, was ich denke, der Fisch ist blöd, der Fisch ist nicht blöd. Man versucht sich immer, den Fisch freizuversetzen, auch mit der Montage, mit den Systemen. Man überlegt sich halt immer was Neues, um halt an den Traumfisch zu kommen. Peter Merkel weiß, wovon er redet. Schließlich war er es, der die nach ihm benannte Merkel-Montage erfunden hat. Wir staunen, mit welcher Akribie die beiden ihr kompliziertes System aus Schnüren, Bojen und Gegengewichten überall auf dem Grund des Altrheins verteilen. Mit einer besonders dicken Schnur wird das Ganze dann mit der Angel verbunden. Das Wallerangeln ist nicht, dass man da sagt, ich werde den Fisch gerne fangen, weil er besonders hübsch ist oder weil er besonders schmackhaft ist oder was weiß ich. Das ist diese urische Kraft des Fisches, diese urische Größe, das urische Aussehen. Und wenn man dann Kontakt mit diesem Fisch hat, dieser bärische Kampf, das ist nicht wie an einem Forellensee, wo man irgendwie so die Angel reinschmeißen, eine Forelle reinleiert oder aufpassen muss, dass der Fisch nicht ausschlitzt. Bei dieser Angeleimung muss man aufpassen, dass die Rute einem nicht bricht, dass man nicht über Bord gerissen wird, dass die Schnur nicht reißt. Um den Fisch zu landen, muss man den Fisch ins Maul greifen. Es gibt keinen Kescher, dass man den Fisch so auf Abstand keschert und dann gefangen hat. Das ist ein sehr ehrwürdiger, gigantischer Gegner. Das ist so. Ein Fisch von zwei Meter ist keine Forelle. Das ist ein Riesenfisch und der hat 50, 60 Kilo Körpergewicht. Und das kann er in allen Situationen einsetzen und wird auch einsetzen, wenn er um sein Leben bangt und wenn er an der Angel hängt. Etwas später finden wir Thomas und Mario weiter stromaufwärts. Sie sind enttäuscht von den vergangenen zwei Tagen. In den Rheinauen bei Speyer suchen sie jetzt eine bessere Stelle. Das Echolot zeigt etwas Großes. Direkt unter ihrem Boot. Mario, da ist einer schon die ganze Zeit bei drei Metern. Und bei zwei Metern. Der könnte eigentlich beißen. Der ist schön. Der ist richtig schön. Der ist jetzt bei fünf Metern. Und dann tust du halt dementsprechend dann deinen Köder hochziehen auf der Position, wo er ist und hoffst halt, dass du einen Biss hast. Und das Wallerholz tut halt ein Geräusch erzeugen, wo der Wels wahrnimmt durch seine Schwimmblase. Und die Wels sind halt sehr, sehr neugierig und auf die Geräusche reagieren zu halt, kommen hoch um zu gucken, was es ist. Und wir sehen halt dann, wenn ein Wels kommt, auf dem Echolot. Und das Echolot tut dann ein Bild darstellen, da vorne. Und dann sehen wir dann, wo der Wels dann ist. Und wir lassen halt dann dementsprechend den Köder runter, auf die Höhe, wo der Wels sich befindet. Und hoffen halt, dass er dann beißt, dass wir ihn irgendwie zum Biss verleiten. Immer noch vier. Ist wieder weg. Und ob sie dann auf das eine mehr oder weniger reagieren, man muss es halt ausprobieren. Da ist wieder einer. Geht hoch auf 3,50 Meter, dass er wieder weg ist. Jetzt bei, da ist er. Jetzt zieh ich hoch. Jetzt bin ich genau beim Wels. Ja, und jeder klopft halt anders. Der eine sagt, ich klopfe jetzt zum Beispiel total beschissen. Jeder hat eine andere Art zu klopfen, ein anderes Wallerholz. Der eine klopft schnell, der andere langsam. Bei vier Metern ist einer und steigt. Und unten bei sieben Meter ist einer. Jetzt ziehen wir kurz an. Ja, der ist noch da. Während bei Thomas und Mario ständige Alarmstimmung herrscht, sind wir überrascht, dass Stefan und Peter immer noch bei den Vorbereitungen sind. Unendlich akribisch und gewissenhaft. So, jetzt sitzt die Montage. Jetzt können wir nur noch warten. Bin ich mal gespannt, Stefan, ob du was beißt. Normalerweise müsste man jeden Tag am Wasser sein. Der Wels, er isst nicht viel. Er liegt die meiste Zeit auf dem Gewässergrund. Das kann sein, in den 14 Tagen ist der Wels ein Fisch, ein Köder. Und das könnte zum Beispiel auch Dienstag sein, mittwochs, wenn ich nochmal arbeiten tue. Und deswegen versuchen wir, so oft wie möglich rauszugehen. Normalerweise müsste man jeden Tag rausgehen. Und irgendwann, dann weiss ich es, mittwochs, mittags um drei, Donnerstag, nachts um vier. Und wenn man nicht oft genug geht, dann kommt man nicht an den Fisch ran. Er ist so schwer zu befischen. Man braucht die Zeit. Das sind Nächte, wo nichts beißt. Man sieht sich eigentlich den Waller und die Zeit benötigt man schon, sonst hat man keinen Erfolg. Die meisten Leute verstehen das gar nicht, warum er seinen Urlaub oder seine Freizeit am Wasser verbringt. Die meisten Leute sehen das als total langweilig an. Aber für uns ist das, es ist wie eine Sucht. Es ist eine innerliche Sucht und das merkt man auch, wenn wir jetzt mehrere Tage nicht angeln waren oder ein, zwei Wochen nicht zum Angeln konnten aus irgendwelchen beruflichen Gründen oder familiären Gründen. Da merkst du, wie du zu Hause nervös wirst. Du wirst unausstehlich, das ist wie bei einem Süchtigen. Du wirst unausstehlich, du reagierst immer so auf Sachen, du wirst einfach unleidlich. Und wenn du dann wieder deine Sucht befriedigt hast, indem du drei, vier Tage unterwegs warst, dann ist es alles wieder top. Zum Beispiel, wenn ich am Wochenende mal nicht zum Angeln bin und habe irgendwas vor, was ich erledigen muss, zu Hause im Garten was machen oder halt am Haus was, an der Wohnung was. Und dann liegt man halt dann nachts vorm Einschlafen im Bett und dann, ach, sind jetzt gute Bedingungen, wäre ich jetzt am Wasser, würde ich was fangen? Überlege ich, ach, jetzt hätte ich vielleicht doch die Chance auf meinen Fisch und liege halt hier im Bett. Und lieber würde ich jetzt am Wasser schlafen. Bei Mario Iselin zu Hause. Mutter Heide kümmert sich bis heute um seine Wäsche. Da sieht man ja, dass das ein Fischerjägchen ist, gell? So bleibt ihm mehr Zeit für den Wels. Bei Mario war es ja so, der war ja so ein arg hibbelisches Kind. Der war ja ganz hibbelisch, ne? Und durch die Fischerei ist der ruhiger geworden. Ist dann mit dem Opa, sind die immer Fischer gegangen, da war natürlich von raus der Opa alles getragen, bis der Opa ohne warm Wasser hat er meistens seinen ersten Fisch gehabt und so, ne? Und er ist dann irgendwie ruhiger und ausgeglichener gewesen. Den konnten sie nicht allein im Garten lassen. War er da hinten, war er schon wieder auf dem Baum. Ach Gott, ich gehe jetzt runter. Jetzt war da hinten schon wieder was. Und da vorne war ein ganz hibbelisches Kind, ne? Und das, glaube ich, hat auch mit beigetragen, dass er jetzt ruhiger dann geworden ist mit den Jahren. Gell? Ja. Das ist schon wieder, aber das habe ich gar nicht gewusst. Das ist bei Mario bei mir also, ich brauche mal drei Tage in der Woche, wo ich Fische gehe. Wenn ich die nicht habe, ich muss raus ans Wasser. Und die drei Tage sind schon viele in einer Beziehung, aber die musst du dann immer. Weil du hast den Arbeitsdruck heutzutage, da musst du jedem Rechten machen, da musst du pünktlich sein. Und wenn ich sage, die drei Tage nicht mehr habe, ich war mir früher fünf Tage in der Woche Fische. Da war ganz egal, ob Freundin oder nicht. Da haben wir das durchgezogen, aber mittlerweile ist man ja eine Elternwoche und sagt einfach Zugeständnis muss man machen, mit der Freundin absprechen, drei Tage, zack, mit dir verbringen, drei Tage Fische und dann hat das auch gepasst jetzt. Früher Abend. Eigentlich ist Donnerstag, Freundinnentag. Wäre da nicht der Wels. Heute Nacht ist Neumond, da stehen die Chancen einfach zu gut. Aber dass der so faul ist, wenn er nicht immer ein bisschen herkommt. Bei sechs Metern ist er. Und der ist groß. Der ist riesig groß. Ui, guck mal her. Der ist riesig. Da ist er wieder, bei vier Metern. Ja, aber ich weiß nicht, wo der. Ja, er, zumindest ist ein Zug da. Es sind zwei Wels da. Wir schlossen jetzt einfach am Motorrad. Ja, aber das ist, jetzt ist er wieder bei sechs Metern. Da kommen wir jetzt zum Auflegen. Da ist er weg. Das ist jetzt, die sollen, die sollen beißen. Weil irgendwann wird es dann zu arg. Dann guckst du dann nur noch und denkst, warum nicht. Das mache ich falsch. Hier sieht man jetzt, hier ist einer, hier ist ein Wels. Und das ist ein schöner, großer. Und jetzt geht er wieder nach unten. Hier unten ist ein Köter von uns. Und jetzt könnte er eigentlich beißen. Jetzt steht er genau am Köter. Und was macht er? Er macht nichts. Das ist wie so oft. Gern wir? Richtig, richtig schön. Zur gleichen Zeit, zehn Kilometer rein aufwärts. Für die Nacht legen Stefan und Peter neue Köder aus. Sie haben uns erzählt, dass sich der Wels an windstillen und gewitterschwülen Abenden auch in der flachen Uferregion aufhält. Immer neue Varianten probieren die beiden aus. Denn letztendlich weiß niemand genau, wie sich der Wels verhält. Er bleibt ein Rätsel. Aber gerade das macht für Stefan und Peter den Reiz aus. Das ist halt so, bei den Kalamaris, verstehst du, ist es schon besser. Aber ich habe da noch ein paar Würmer dazu, nur ein Rätsel für die, die wir mal runter. Aber heute ist eine perfekte Nacht. Es ist kein Mond da. Es ist schön dunkel. Die Mücken fliegen tief. Dann sind die kleinen Fischer an der Oberfläche. Ich habe heute noch eine fette Wanderstörung. Ja, heute ist gut. Samstagmorgen. Thomas Kempf hat zu Hause eine besondere Überraschung für uns. Selber jagen kann er nicht mehr. Jetzt liegt er wenigstens wieder einigermaßen auf der Seite. Weil in die großen Böcke wollte ich nicht reintun, weil dann frisst er alle andere Fisch. Und hier sind zwar noch ein paar Fische meiner Freundin drin. Ich meine, bis jetzt sind sie fast noch alle da. Ja, was passiert ist, wir sind also auf dem Rheingewest zum Wels angeln. Vor allem habe ich über das Wasser geschaut und habe gesehen, dass ein kleiner Wels auf dem Rücken angetrieben kommt, der sich aber noch bewegt hat. Dann sind wir natürlich gleich hingefahren, haben wir geschaut. Ich habe ihn aus dem Wasser rausgeholt und habe ihn in den Eimer reingesetzt. Er hat also sehr massive Probleme gehabt mit dem Gleichgewisszinn. Weil er kippt halt immer auf die Seite und liegt dann auf dem Buckel. Und jetzt haben wir versucht, ihn halt noch ein bisschen aufzupäppeln. Aber es ist eine gute Frage, was wir jetzt mit ihm machen. Weil so wie es aussieht, wird es also nichts mehr werden. Und dann ist halt ja, jetzt hat man, ja, ein Tier töten ist was anderes, wenn man es dann sofort hat. Aber den ist jetzt mitgenommen und dann wieder, was macht man jetzt damit? Dann wirft man jetzt einen Reiner ein wieder, wo er herkommt, dann stirbt er natürlich. Aber ich weiß jetzt wirklich noch nicht, was wir jetzt mitmachen. Wenn er wächst und wenn nicht kommt er zu uns in den Garteteisch rein, dann muss man mal schauen. Bloß ist es halt blöd, wenn er wirklich immer auf der Seite liegt und schwimmt nicht rum. Ich habe ja schon Wels in den Buckel gehabt, um zu gucken, wie sie sich verhalten. Walze fressen, Wiese fressen, Wasser fressen, ob wegen Luftdruck, wegen Vollmond und wegen allem. Also wirklich wochenlang, nicht stundenlang, aber immer so am Tag, immer so eine halbe Stunde oder so was. Ich habe im Aquarium gesessen und geguckt und danach fischen gegangen. Also mittlerweile ist es alles schwachsinnig auf Deutsch gesagt. Wer am Wasser ist, fängt fischen und wer zu Hause ist, fängt keiner. Seit drei Tagen harren Stefan und Peter jetzt schon aus. Wir fragen uns, ob ihre zeitaufwendige Leidenschaft überhaupt noch ein Leben neben dem Waller zulässt. Ich bin schon 14 Jahre verheiratet und das wäre für mich nichts, ans Wasser zu fahren und dann keine Angelrute, nicht auf den Wels zu angeln. Und das gibt es bei mir nicht. So etwas wird es nicht geben. Das ist, so wie sie es ja sagt, manche, ach ich war jetzt eine Woche irgendwo nach Portugal an einem Strand und würde mich nur in die Sonne hinlegen. Da wird es nach zwei, drei Tagen, würde ich ans Meer rausgucken, was könnte ich jetzt befischen. Das ist halt, wenn ich das Meer sehe und egal was für ein, dann überlege ich gleich, oh, was für Fisch hat es hier. Das ist das erste Gedanke, das sind die Fische. Der Angler redet ja zu Hause, so wie manche Leute, die daheim über ihr Auto sprechen und dauernd an ihrem Auto rumfummeln und die Frau sagt, was ist denn mit dem los. Genauso ist es ja bei dem Angler. Der kommt heim und hat diese Gedanken und verbringt teilweise, in meinen Ex-Beziehungen war das so, die Frau hat immer zu mir gesagt, bevor sie abgehauen ist, Fischen, die Fische und das Fischen ist mir wichtiger als alles andere. Und dann kommt irgendwo sie. Es werden dann so oft in Beziehungen oder Partnerschaften so Stellenwerte einem eingeräumt. Aber wo ich auch irgendwo sagen muss, klar ist ein Mensch was Wichtigeres als jetzt ein Hobby. Aber vom Zeitaufwand, wenn du es richtig betreiben willst, Erfolg hast, steht es in keinem nach. Man opfert für das Angeln viel mehr Zeit als für alle anderen Dinge in seinem Leben. Wenn man so drüber nachdenkt, muss man das ehrlich und realistisch zugeben. Sonntagabend. Die Dämmerung hat eingesetzt. Seit nun vier Tagen sind Thomas und Mario ständig auf der Jagd. Wir haben längst die Hoffnung aufgegeben, noch einen großen Wels zu Gesicht zu bekommen. Aber wir haben den Eindruck, als wollten die beiden es heute Abend um jeden Preis erzwingen. So. So. Da war man da. Ah, da ist er wieder. Da kommt einer bei sechs Meter. Der ist richtig schön groß. Der ist immer noch da. Immer noch. Jetzt geht alles sehr schnell. Ich geh hin. Ich geh raus. Paddel. Ja, Paddel. Wo hin? Ja, zurück. Er läuft genau in die. Zurück. Das muss ich mit dem Motor machen. Mit Paddel pack ich es nicht. Das packst du schon. Wir sind zu viel Leid im Boot. Das packt schon. Gut. Ist okay. Und auf die kleinste Angel, die es überhaupt gibt, und mit der leichtesten Montage, mit dem leichtesten Vorfach, da beißt der drauf. Schwerstarbeit. Der hat zwei Meter. Ja. Das hat er. Da hat man nicht mal die Luft bloß abgelöst. Gar nichts. Und er zieht das Boot. Und er liegt am gut. Und er liegt am liebsten. Und er liegt am liebsten. Und er liegt am liebsten. Er ist nicht am liebsten. Es ist am liebsten. Der ist ein sehr guter Wald. Die anderen Römer gestern gesehen haben, waren genau so Kaliber. Achtung, ich gebe ihnen eine. Oh, ist er schon. Nehmen wir das einer. So. Nicht am Vorfahren. Jetzt müsst ihr ihn kriegen. Mach es noch mal zu. Warte mal. Stopp. Mach auf. Nächste Mal. Hab ich den Schweiss. Nein, 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 nein. Achtung, Achtung. Hoi. Schön. Petri. Petri, danke. Wie du meinst? Ja. Da, bei mir neben der Seite. Komm her. Komm her. Stattliche zwei Meter. Ein Wels, wie selbst sie ihn nur äußerst selten fangen. Trotzdem Besonnenheit. Jeder Handgriff sitzt. Der wird im Lebtagen draus kommen. Nein, der wird gut kommen, dass er nicht in der Kost drin kommt. Boah. Der ist schon schwer. Ja, ich hab die Vogue alles dabei. Komm her. Interessiert es mich? Petri, heil. Danke, danke, danke. Der hat 72, 75 Kilo. 68, 69, schätze ich mal. So. Und jetzt das Walabier. Er trinkt zwar nichts auf dem Boot, aber ich glaube, jetzt haben wir uns eins verdient. Nach wochenlangen Fischen und dass sie uns geärgert haben die ganze Zeit. Jetzt haben wir einen. Prost. Glücksmomente. Aber ihr Jagdtrieb wird den beiden keine Ruhe lassen. Spätestens in ein paar Tagen sind Thomas und Mario wieder unterwegs. Auf der Jagd nach dem nächsten Fisch ihres Lebens. Deutsch. Ausmittab Bone. Deutsch. 十g. Schuss Editor. Abs, Schuss. Eurowärtsopp. März und